Vor gut drei Jahren ging die Beziehung des Schlagertraumpaars Florian Silbereisen und Helene Fischer in die Brüche. Den Trennungsschmerz scheint der Sänger und Moderator jedoch noch nicht vollständig überwunden zu haben. Denn in der ersten DSDS-Liveshow am Samstag bricht der 40-Jährige plötzlich nach dem Auftritt eines Kandidaten in Tränen aus. DSDS-Kandidat Gianni Lafontaine sang den Song Hold Me Now von Johnny Logan, der von einem schmerzlichen Beziehungsende handelt. Dieser Song erweckte bei Florian Silbereisen einige Erinnerungen an seine Trennung von Schlagerqueen Helene Fischer. Mit diesem Song kann man mich sowieso immer erwischen. Denn genau das, was du da gerade gesungen hast, habe ich sozusagen erlebt. Bei mir ist genauso eine schöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen", erklärt Florian Silbereisen ergriffen. Die beiden waren rund zehn Jahre lang liiert. Mit einer Trennung des einstigen Traumpaares hatte damals wohl niemand gerechnet. Helene Fischer hat mit ihrem neuen Partner Thomas Seitel bereits ein gemeinsames Kind, das im Dezember 2021 zur Welt gekommen ist. Florian Silbereisen soll jedoch weiterhin Single sein. Florian Silbereisen Florian Silbereisen Florian Silbereisen Florian Silbereisen Florian Silbereisen